So, B-Monster, Abendstatt für euch und wir machen genau da was, wo wir uns jetzt mal aufgehört haben. Mit dem Let's Play von The Last of Us. Oh, die Regen sieht immer noch so gut aus. Die Regen um die Quarantäne-Zonen wurden heftig bombardiert. Ich wollte so viele Infizierte wie möglich tüten. Tess, hörst du das? Ja, klang aber als wär's weit weg. Mist. Vorerst. Na los. Ja, und hier sieht man... Ich will grad sagen, und hier sieht man die Grafikmuskeln von The Last of Us. Was? Also, die machen wirklich ihre Sache extrem gut. Und ich komme ja kaum zum Reden. Das regt mich ein bisschen auf. Ich bin ein bisschen in Rage. Denn... Hey, Tess! Komm mal. Ich hätte eigentlich ein Paket mit Barshock-Umfeld kriegen sollen, aber Hermes hat es halt versaut und das regt für mich extrem auf. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch... Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Okay. Ich merke, dass ich extrem gierig bin bei dem Spiel. Ich bin ja immer auf der Suche nach irgendwelchen Ressourcen oder sowas, um mir Sachen zu bauen. Okay. Wobei, hier liegt... Nix rum. Ah, was haben wir denn noch da? Immer messen haben wir da. Okay. Wir müssen also die Treppe hoch, denk ich mal. Sie hat's wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Oh Gott, verdammt, Klicker. Oh Mann, was ist mit dem Gesicht? Das heißt, Sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Klebermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So ordnen sie dich. Hm, da hängt die Rasse noch auf dem Tisch. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Kopf runter! Ich führ aber noch mal raus, ich muss. Geh mal rüber, geh mal rüber. Danke. Ähm, noch mal gucken. Irgendwo noch was anderes liegt, ey. Gerade Munition wäre extrem praktisch. Denn, ich hab nicht mehr viel. Ne. Und mit 6 Schuss gegen die Klicker. Hm. Ja, guck mal so, wenn die eh mal eingerannt kommen, dann... Naja, S3 ist ausnehmen. Nichts passiert. Alles ist total okay. Wollen wir schnell alles absuchen hier. K... Hilf mir hier mal. Whoa. Ähh... Oh, das war endlich. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Nee, ich will noch ein bisschen rumgucken hier. Oh Mann. Da oben. Scheiße. Wie geil, dass das Wasser hier runterläuft und so, sieht so geil aus. Ah, Munition, ah, hier ist ein Stein. Ich kann nix verpassen. Verdammt, verdammt du hackst. Ah, das ist also das, was einige meinten. Ähm, wenn ihr zwischen verschlossenen Türen habt, immer aufmachen, da gibt es so viele Sachen drin. Die nützlich sein könnten. Cool. Ich hole sogar physikalisch korrekt weg. Hilf mir da hoch. Ich seh mich um. Mal sehen, ob's da weitergeht. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Okay. Okay. Na los. Go ahead. Okay. Okay. Ligke? Scheiße. Los, los, los! Da können wir raus, über das Gerüst. Ich glaube, das war's. Elli, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Hast du Kackstifte oder was? Hast du jetzt Kackstifte, Mädel? Moment. Bitte, die Damen. Okay, komm. Die Treppe ist dicht. Das ist verrückt. Nicht nach unten schauen. Was? Machst du Witze? Lustigerweise, ähm, die Schuhe, die Elli trägt, sind Thomas Old Stars. Komm schon, Engel. Hier. Ja. Nicht runter schauen. Los, nicht runter schauen. Alles okay. Wir müssen da drin. Oh, die Weisse ist so krass. Wir müssen da drin. Bleib bei den Mädchen. Ah, alles klar. 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 Oh, ja. Ah, alles klar. Ah, alles klar. Ah, alles klar. Mann! Okay, ihr könnt kommen. Gar nicht schlecht, Joel. Das haben wir doch jetzt mal extrem gut gelöst, finde ich. Also, würde ich jetzt mal so denken. Wir haben wieder ordentlich Munition gesammelt.